Kapitel 1 Übung C6 Hören und ergänzen Sie die Sätze. Sandra kommt aus Schweden. Sie wohnt jetzt in Hamburg und studiert dort Medizin. Sie ist ledig. Sie spielt gern Volleyball, liest gern Kriminalromane. Paolo kommt aus Spanien. Er wohnt jetzt in München. Dort arbeitet er als Ingenieur bei Siemens. Paolo spielt gern Fußball. Klaus wohnt in Berlin. Er ist Journalist. Klaus ist verheiratet und hat drei Kinder. Er schreibt Gedichte. Franziska wohnt in Wien. Sie ist Lehrerin. Sie ist geschieden. Sie hört gern Musik und singt im Chor. Sie hat einen Malen Joshua. Sie hat einen Schnitt. Untertitelung des ZDF, 2020